Was ist die Bilateralen Unterhaltung? Und dann zunächst einmal für das Protokoll der Hinweis, dass wir mit 50 vor einigen Minuten eingetragenen Stadträtinnen und Stadträten beschlussfähig sind. Und bevor wir einsteigen in die Abarbeitung der Tagesordnungspunkte, gibt es den ersten Geschäftsordnungsantrag, Herr Schmählich. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, mir ist bewusst, dass heute nicht Ihr Bericht auf der Tagesordnung steht. Mir ist auch bewusst, dass wir in diesem Stadträt keine Fragestimmungen hatten. Deshalb möchte ich eine Bitte an Sie äußern. In den letzten Tagen ist es auch in den sozialen Netzwerken sehr heftig diskutiert, doch zu erheblichen Schwankungen und Unsicherheiten und Verunsicherungen gekommen, wenn es um die gemeldeten Zahlen der Covid-19-Erkrankten in Dresden geht. Diese Verunsicherung ist entstanden, insbesondere deshalb, weil die Zahlen, die beim RKI für Dresden geführt werden und beim Land doch erheblich von den lokalen abweichen. Zusätzlich hat es gestern auch noch erhebliche Korrekturen im Laufe des Tages gegeben, die also wirklich zu diesen Schwankungen führen, dass die Dresdner Corona-Ampel von grün auf gelb und jetzt mal wieder in den hellgrünen Bereich zurückgesprungen ist. Dass da ja viele Entscheidungen des Stadtrates durchaus auch vom Infektionsgeschehen in Dresden abhängen, wenn ich da nur an die Weihnachtsmärkte denke, wäre ich Ihnen sehr verbunden, Herr Oberbürgermeister, wenn Sie die Gelegenheit dieser Stadtratssitzung nehmen würden und mal erläutern könnten, was denn der Hintergrund dieses von mir beschriebenen Umstandes ist. Herzlichen Dank. Das will ich nach bestem Wissen und Gewissen tun, damit auch die Öffentlichkeit darüber informiert ist. Wir haben das auch beim Ministerpräsidenten in der Runde gestern auch diskutiert. Es kamen von verschiedenen Kollegen, auch Landräten, aber auch von uns, dass es schon schwierig für die Öffentlichkeit ist, wenn da unterschiedliche Zahlen unterwegs sind. Das hat mit den Meldeketten zu tun und mit den Veröffentlichungsterminen. Normalerweise sind die aktuellsten die, die die Kommune veröffentlicht. Und ich nehme jetzt mal das Beispiel Erzgebirgskreis. Da hat der Erzgebirgskreis für sich selber am Sonntagabend den Grenzwert von 50 gerissen. Der Anruf aus dem Sozialministerium kam zwei Tage später. Das ist eben anhand, das ist nochmal dringend angeregt worden, hier wirklich zu gucken, dass mit einheitlichen Daten und einheitlichen Terminen die Kommunikation nach außen erfolgt. Weil ansonsten ist es für alle Beteiligten natürlich außerordentlich schwierig. Worauf kann ich mich jetzt verlassen? Ich gehe mal davon aus, dass sich jetzt die Kollegen gerade im Ministerium Soziales auch hier darum kümmern werden. Dazu kam eine zweite Thematik, die betrifft uns jetzt selbst. Dass innerhalb der Landeshauptstadt, wenn jetzt mal komplexere Nachverfolgungsfragen, waren, sind die Sachen eingegeben worden, immer dann, wenn alles geklärt war. Manchmal, obwohl das eigentliche Testung desjenigen, der dann vielleicht positiv war, nehmen wir mal an, heute haben wir Freitag, heute veröffentlicht, aber eine Testung war, die den Dienstag betraf. Und von dieser Thematik her wurde jetzt korrigiert auf die Realthematiken, wann sind die entsprechenden Fälle tatsächlich passiert. Weil das ja sehr, sehr wesentliche Ausflüsse hat, was früher egal war, jetzt den ganzen Sommer über, wenn Sie null, wenn Sie zwei, wenn Sie drei Fälle haben. Aber bei der Sieben-Tage-Inzidenz ist das schon sehr wesentlich, ob ich jetzt heute an dem Tag habe oder ob das drei Tage zurück ist. Und diese Korrektur wird jetzt gerade vom Gesundheitsamt durchgeführt, sodass wir dann auch wirklich die Realthematiken haben, die tagaktuell wirklich für diesen Tag mit Sieben-Tage-Rückwirkung entsprechend zutreffen. Das ist der lokale Grund gewesen, worum es da mal ein Nachkorrigieren gestern gegeben hat, aber damit Sie da vielleicht verstehen, weil es jetzt sehr wichtig für uns ist. Und insoweit stehen wir danach günstiger da, als zunächst befürchtet.